so dann würde ich sagen fangen wir mal an mit dem rsb aufgabenblatt 4 und genau wenn es bei euch zwischendurch wieder technische probleme gibt dann sagt bescheid sonst müssen wir gucken wir kurz warten ich hoffe jetzt da ihr alle irgendwie drin seit dass es zumindest erstmal für den termin durchlaufen wird also aufgabenblatt 4 im endeffekt mehrere themen drin wir haben komplemente wir haben gleitkommazahlen und auch das thema access codierung nicht wundern ich würde ein bisschen anders vorgehen und nicht jetzt einfach nur stuhr die aufgabenreihen folge durch ich finde sie ein bisschen unpraktisch ich glaube es ist sinnvoll dass sie anders zu machen könnt ihr nachher entscheiden ob das ob ich recht hatte oder ob ihr das vielleicht doch lieber anders gemacht haben wollen würde also erst mal zum thema komplemente an sich wir haben ja was ist die intention von komplementen oder komplement rechnung wir wollen damit subtraktion einfacher bearbeiten können der vorteil von addition mit einer komplementzahl ist dass wir keine subtraktion brauchen das hieße auf rechner ebene dass wir keine hardware zur verfügung stellen müssen um addition plus und subtraktion zu berechnen sondern wir müssen nur gucken dass wir einmal dass wir in addition berechnen können das ist technisch einfacher und die komplementbildung selber ist auch noch vergleichsweise einfach was gibt es jetzt für komplementarten wir können uns anschauen das sogenannte b komplement einer zahl also was heißt das erstmals b komplement einer zahl b steht in dem fall für die basis des zahlensystems das heißt wir können gucken es gibt zum beispiel wenn wir sagen wir haben b gleich zwei dual system basis des zahlensystems ist zwei dann hätten wir das dann oder dann würden wir vom zweier komplement reden es kann aber ja auch sein dass wir sowas haben wie die basis ist 10 und in dem fall reden wir vom 10er komplement jetzt gibt es nicht nur das b komplement einer zahl sondern auch das b minus 1 komplement so ob es b minus 1 wenn ich bei b zum beispiel im dual system b gleich zwei habe dann ist b minus 1 tatsächlich ganz wörtlich zu verstehen das heißt bei b gleich 2 ist b minus 1 2 minus 1 das einer komplement haben wir die basis 10 wäre das 10 minus 9 das 9 komplement das gilt also erstmal ganz allgemein egal in welchem zahlensystem wir sind wenn wir ein zahlensystem haben mit einer basis dann gibt es das b komplement und das zugehörige b minus 1 komplement abhängig eben von der basis das gleiche gilt dann natürlich auch wenn wir hexadezimal haben haben wir das 16 komplement und das 15 komplement die bildung des jeweiligen b minus 1 und b komplement ist ist ja ist dann auch tatsächlich relativ ähnlich weiß einer von euch wie das b minus 1 komplement gebildet wird also zum beispiel für für b gleich 2 also wenn wir jetzt das b minus 1 also das einer komplement im dual system bilden wollen und ich bin im dual system und ich bin im dual system unterwegs und ich will dass einer komplement einer zahl aus dem dual system bilden was muss ich dafür machen genau die zahlen einfach invertieren und das ist im dual system natürlich noch relativ einfach wenn ich die zahl 0 habe dann kommt da 1 raus und wenn die zahl 1 das ist dann komplett die zahl 0 raus und das ganze stellenweise heißt also wir machen invertieren alle kleines beispiel wenn ich die zahl 1 0 1 habe und ich will davon dass einer komplement bilden daran kommt dann 0 1 0 raus so sagte ich schon das ist von zahl system zu zahlen system relativ ähnlich ich kann das ganze also auch im dezimalsystem machen auch hier ist das ein zahlen invertieren wer weiß denn was das invertierte von der zahl 9 ist genau so jetzt müssen wir einmal aufpassen wir müssen daran denken welche zahlen wir haben die wir darstellen können im dezimalsystem haben wir die zahlen von 0 bis 9 das heißt genau das entgegengesetzte gegenteil von der 9 ist dann auch die 0 wie hier auch teilweise richtig im chat geschrieben wurde und das dazwischen wird dann entsprechend dann auch jeweils gegensätzlich betrachtet wir haben 90 wir haben 8 1 stellt ihr seht schon okay da ist tatsächlich dann auch die gesamtsumme immer 9 daran kann man sich auch merken wie das sein muss 7 ist 26 ist mit 3 und 5 ist mit 4 beziehungsweise umgekehrt das inverse von der 2 ist dann natürlich die 7 und so weiter hier ein kleines beispiel wenn ich die zahl 268 habe das invertiert welche zahl 731 richtig okay also das ist das b minus 1 komplement wir haben jetzt also dass einer beziehungsweise neuner komplement gebildet weiß einer von euch zufällig auf wie wir dann zum komplement kommen kleiner tipp das b komplement also zum beispiel im dualsystem sind das zweier komplement dafür brauchen wir das einer komplement oder das müssen wir noch eine ganz kleine kleinigkeit machen genau plus 1 also als erstes also wenn das b komplement bilden wollen dann sind wir als erstes das b minus 1 komplement bilden und als zweites addieren wir auf der letzten stelle eine 1 auf der letzten stelle ist dabei auch wirklich absolut wörtlich zu nehmen wenn wir eine kommazahl haben dann ist das die aller weitesten rechts stehende zahl auf die wir die 1 addieren hier mal kurz zwei beispiele wir hatten oben die 101 im dualsystem das ganze haben wir gesagt ist dann die 010 als einer komplement und dann als zweites eine 1 auf der letzten stelle ist 011 1 und für das dezimalsystem hatten wir das beispiel 268 was dann zur 731 wird und eine 1 auf der letzten stelle zur 732 so was ich jetzt eben gerade noch gerade eben noch meinte ist mit kommastellen also wenn wir jetzt die 101 010 1 hätten dann würden wir das entsprechend 010 10 invertieren und auch hier an der letzten stelle 010 1 1 1 drauf machen also immer die wirklich letzte stelle ist das wo dann die 1 addiert wird ok wenn wir jetzt grundsätzlich wissen wie ein b komplement einer zahl gebildet wird können wir damit auch berechnen und zwar würden wir uns mal die zahl 654 angucken also 654 minus 321 das ganze soll unter ausnutzung von komplementen passieren die rechnung also dass wir eben nicht einfach nur minus rechnen und schriftliche subtraktion rechnen sondern dass wir eine komplement bildung machen und dann eine addition durchführen welches komplement brauchen wir hier als erstes das neuner komplement genau neuner komplement das war das invertieren ich schreibe die zahlen ja noch mal kurz hier oben hin oder die einzelnen zahlen paare was ist denn das neuner komplement und und welche zahlen wir das natürlich von der die wir abziehen wollen also neuner komplement von 321 hier ist 678 genau und dann machen wir daraus das zehner komplement das 1 auf die letzte stelle und dann wird daraus 679 dann können wir die rechnung durchführen 654 plus 679 schön daran denken dass wir vielleicht auch einen übertrag haben so neun plus vier übertrag 1 ergebnis 3 5 plus 7 plus 8 macht übertrag 1 ergebnis 3 und 6 plus 6 plus 1 macht übertrag 1 ergebnis 3 das heißt wir haben das ergebnis 1333 ist das jetzt das finale ergebnis unserer rechnung so kann ja eigentlich noch nicht ganz stimmt wenn wir darüber mal nachdenken wir haben irgendwie grob 600 minus 300 rechnen sollen kann jetzt eigentlich ja nicht irgendwie was größeres rauskommen also müssen wir noch irgendwas machen irgendwas haben wir noch nicht jetzt mit unserem ergebnis getan was notwendig ist um das richtige endergebnis zu haben nämlich die zahl die ja das ergebnis der der subtraktion ist eine idee was wir noch machen müssen was ist denn hatte eben das schon angedeutet wenn wir uns überlegen 600 irgendwas minus 300 irgendwas da muss ja eigentlich so ein wert von 300 irgendetwas rauskippen das sieht er so aus und wenn wir genau nachrechnen dann werden wir es auch sehen diese erste stelle hier die ist irgendwie zu viel die 1 die muss gestrichen werden und genau das ist auch das was wir tun müssen wir werden gleich das gegenbeispiel sehen wenn wir da noch mal umgekehrt rechnen mit den gleichen zahlen aber halt andersrum dass wir die größere von der kleineren abziehen dadurch dass wir hier den übertrag von 1 haben an der einen stellen weiter als die rechnung die wir haben achtet übrigens bitte in den hausaufgaben auch darauf wie viel stellen wir jeweils benutzen sollt dadurch dass wir hier den übertrag haben wissen wir dass das eine zahl ist die positiv ist und wir direkt hier das ergebnis stehen haben in den drei letzten ziffern das heißt unser ergebnis das heißt unser ergebnis ist tatsächlich einfach die 333 jetzt können wir das ganze nämlich eben wie ich schon sagte im andersrum rechnen und zwar weiß doch sinnvoller glaube ich hier vorne 321 minus 654 dafür müssen wir jetzt natürlich von 654 das zwei komplement wieder bilden also invertieren und invertiert ist das 345 plus 1 sind 346 aber das nämlich addieren dann bekommen wir 667 raus so in dem fall haben wir hier keinen überlauf davor fehlt das so ein bisschen dieser dieser hinweis 1 das ist für uns der hinweis dass das ganze noch einmal invertiert wieder muss dass wir eine negative zahl vorliegen haben die wir mithilfe des 10er komplements in eine positive angabe nein also die wir mithilfe des 10er komplements einmal umwandeln müssen um zu wissen welche reale zahl der eigentlich hinter steckt das ist jetzt quasi eine zahl in einer 10er komplement angabe das heißt wir würden das ganze invertieren das ganze ist 332 plus 1 gleich 233 und das heißt für uns dass das ergebnis weil sie negativ ist minus 333 ist genau stimmt steht es auch da entsprechend der berechnung hier okay also das heißt achtet darauf wenn ihr berechnungen macht mit dem 10er komplement oder nicht mit dem 10er komplement sondern das gleiche gilt ja auch mit dem 1 und 2er komplement also im 2er komplement eine subtraktion macht dass es sein kann dass das ergebnis nochmal wieder umgewandelt werden muss oder eben auch nicht an der stelle wenn man sich unsicher ist ob man das noch tun muss oder 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 nicht und vergessen hat wie rum das ganze war immer nur der tipp denk drüber nach was erscheint jetzt eigentlich logisch sinnvoll was ist eigentlich das was was muss da eigentlich für eine große größenordnung vom ergebnis rauskommen also selbst wenn das jetzt hier irgendwie 65.699 99 ist minus 32.584 dann muss ich nicht alles im detail rechnen um zu wissen dass ich genau weiß dass ich irgendwann 30.000 irgendwas rausbekommen muss ok das ganze können wir natürlich auch dual machen dafür müssen wir dann eben einmal die zahl umwandeln weil ich gerade für da und weiterrechnen ist relativ große zahl aber was sonst das war nicht die zahl ich wollte so 654 müsste die zahl 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 in binär sein 0 1 0, 0 0, 0 0 0, 0 0, 0 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 was ich darf hier nicht negativ rechnen, brauche also das Zweierkomplement invertiere also meine Zahl, die 1 wird zu 0, die 0 wird zu 1 die 1 wird zu 0, die 0 wird zu 1 1, 1, 1, 1 und 0 das Ganze dann schriftlich addieren so, jetzt müssen wir mal gucken oberste und unterste Zahl ist das so, was habe ich natürlich vergessen immer schön mit aufpassen welche Zahl habe ich hier stehen das addiere ich jetzt gerade welchen Schritt habe ich vergessen weil ich zu schnell war genau, das plus 1 ich habe das eine Kompliment da stehen ich wollte auch das Zweierkomplement haben zum Glück muss ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zahl nochmal umschreiben so, also da vorne da haben wir die 1 das ist die 0 mit dem Übertrag 1 1 mit Übertrag 1 1 mit Übertrag 1 0 mit Übertrag 1 nochmal 0 mit Übertrag 1 da muss man aufpassen da fängt es nämlich an zu verrutschen rutschen das müsste jetzt genauer nämlich die Stelle hier sein dann haben wir nur die 1 ohne Übertrag 0 und 1 eine 1 1 und 0 1 und 0 gibt eine 1 und dann 1 0 so was wir jetzt haben ist, dass wir uns natürlich dann die Frage stellen passt das überhaupt wenn wir diese Zahl umwandeln würden würde daraus folgende kommen 749 ok wir haben im Endeffekt haben wir das gleiche gemacht oder machen wollen wie hier vorne 654 minus dem Kompliment von 321 rechnen irgendwas hat hier gerade nicht funktioniert habt ihr eine Idee was warum das vielleicht nicht so ganz funktioniert hat oder was da schwierig ist naja es hat in dem Fall nichts mit dem Vorzeichen zu tun also rein logisch betrachtet müsste ich ja entweder auf diese Zahl diese Zahl oder vielleicht noch diese Zahl kommen also irgendwie was um 1333 333 oder 667 das lässt sich vielleicht dann alles irgendwie begründen aber ich habe eigentlich die gleiche Rechnung durchführen wollen wie hier am Anfang nur bin auf was anderes gekommen was was ist unterschiedlich zwischen der Rechnung ganz links und der Rechnung hier rechts also außer das Zahlensystem ja 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 es gibt einen Unterschied im Kompliment ich helfe euch mal man sieht es nicht ganz so gut aber sehen tut man es trotzdem ähm ich habe hier eine 3 6 9 10-stellige Dualzahl und ich habe in der erstmal nur umgewandelten Zahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stellen das heißt 10 Stellen 9 und hier habe ich 2 3-stellige Zahlen damit der Trick hier auch so gut funktioniert dass ich meinen Übertrag kriege oder nicht kriege ist es eben wichtig dass ich gucke dass ich auf gleichmäßige Stellenanzahl komme das heißt wenn ich hier meine meine ursprünglich erstmal nur umgewandelte 321 nehme ist die eine Stelle kürzer das heißt ich würde nach links noch mit einer 0 auffüllen und das hieße natürlich dass ich bei der Addition wenn ich das alles invertiere an der Stelle eine 1 hätte und dann jetzt muss ich auch mal gucken okay ich gucke jetzt nur gerade noch einmal nicht dass ich irgendwas falsch gerechnet habe muss sein dass ich hier sowieso dann eine 1 oder eine 1 oder eine 0 habe machen das mal einfacher machen wir mal ein bisschen den abstand rein so ein wenig übersichtlichkeit dann wir hier 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 So, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Dann haben wir die dritte Stelle, 0, 0, 1. Ja, sorry, das Problem mit den Texten, das verschiebt sich alles ein bisschen. Jetzt haben wir gerade, wir schauen, dass wir es wieder gerade haben. So, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir unseren Übertrag hier vorne auch noch haben. Und damit auf eine elfstellige Zahl kommen. Das heißt, wir wissen, wir haben eine positive Zahl vorliegen und können hier die entsprechend nehmen und das Ganze nochmal wieder einmal umwandeln. Und wenn wir uns da jetzt nicht versehen haben, kommen wir nämlich genau auf die 332. Also achtet darauf, dass ihr die Anzahl der Stellen anpasst, falls das nötig sein sollte für die Aufgabe, insbesondere bei den Dualzahlen, aber auch bei den anderen Zahlensystemen. Und ansonsten ist es das gleiche, wie wir es hier auch schon haben, im Dezimalsystem. Genau, vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber das ganze Hexadezimal betrachtet. Wir hatten ja auch schon Hexadezimal-Zahlen ein bisschen letztes Mal. Das heißt, wir haben Zahlen von 0 bis f oder Ziffern von 0 bis f. Die 654 in Hexadezimal hat den Wert 280, also 2,8e. Und davon würden wir minus 141 abziehen. Wir sehen als erstes, wir hätten an der Stelle prinzipiell noch erstmal eine dreistellige Zahl. Das sieht gut aus. Und ja, 141. Jetzt davon, dass, was hatten wir vorhin gesagt? Wir brauchen das B-Komplement. Im Hexadezimal-System ist das B-Komplement das 16er-Komplement. Und wir können es bilden, dadurch, dass wir das 15er-Komplement bilden und dann plus 1 auf der letzten Stelle machen. Wie komme ich auf das 15er-Komplement hier? Muss ich ja auch irgendwie wieder nur in Anführungsstrichen invertieren. Ich frage mal andersrum. Wenn ich eine 0 habe, was ist das, die komplementäre Zahl? Das ist das f. Genau, also da, wenn ihr ein Zahlensystem habt und ihr wisst gerade noch nicht, was die jeweiligen Komplementzahlen sind, dann ist 0 immer das eine Ende. Und die höchste darstellbare Ziffer das andere Ende. Und danach wird quasi jeweils hoch und runter gezählt. Das heißt, 0 und F, 1 und E, 2 und D, 3 und C, 4 und B. Das sollte erstmal reichen. Wenn wir mehr brauchen, können wir das auch machen. Okay, das heißt, wir rechnen nicht minus 141, sondern wir rechnen stattdessen plus, und zwar plus E, B, E. Das wäre das 15er-Komplement plus 1 auf der letzten Stelle, nicht vergessen. Aus dem E wird ein F. So, natürlich gerade kein Platz mehr für den Übertrag. So, natürlich gerade kein Platz mehr für den Übertrag. Also, was haben wir am Ende? Wir haben F plus E. Das ist auf jeden Fall ein Übertrag, den wir haben. Das wäre das D, genau. Dann haben wir B plus 8 plus 1. Ich würde sagen, B plus 1 sind erstmal C. Wir müssen uns mal überlegen, wifür brauchen wir zum Auffüllen zur 0. Wir brauchen D, E, F und 0 sind 4, die wir haben. Das heißt, von den 8 4 weg. Das heißt, wir haben Übertrag und wir haben 4, die überbleiben. Und 2, E und der Übertrag von 1. Das ist also E und 1 sind schon mal F. Wir brauchen noch 1, um auf die 0 zu kommen. Und haben nur noch 1 über. Das heißt, wir haben Übertrag von 1. Und noch 1 über und insgesamt vorne noch 1. Das heißt, wir haben auch hier wieder, wir sind dreistellig gestartet, haben jetzt 4 Stellen. Hier wieder der Hinweis mit dem Überlauf, dass wir dadurch hier eine positive Zahl vorliegen haben. Ansonsten müssten wir das gleiche wie hier oben machen. Invertieren plus 1. Aber so ist 14D das Ergebnis der Subtraktion. 2, 8, E minus 1, 4, 1 im Hexadezimalsystem. Okay, ich glaube, das soll dann erstmal reichen an der Stelle. Dann gucken wir uns doch einmal Gleitkommazahlen an. Vielleicht erstmal allgemein. Wenn ich etwas habe, was vielleicht sagt, ich habe hier meinetwegen, dass ich das beschreibe. Hier Log V1. Dann hier irgendwie was Exponent von Nummer 3. Und eine sogenannte Mantisse von, nehmen wir mal 2. Dann ist das ja eigentlich nur eine sehr verkürzte Schreibweise oder eine Beschreibung für ein Format. Und da müssen wir uns als erstes eigentlich mal überlegen, was steckt da eigentlich hinter. Das ist also, ja, es ist irgendwie ein Fließkommazahl. Da steckt erstmal hinter, dass wir irgendwie irgendwas mit einem Vorzeichen hier haben. Bau steht für das Vorzeichen. Und dass wir dann auch eine Anzahl Bits dafür nutzen. Das heißt an sich bedeutet das Ganze hier 1, 3 und 2, dass ich ein Format habe, was in dem Fall 6 Bit benutzen würde. In der Hausaufgabe habt ihr ein Format, was 10 Bit benutzt. Und dann könnte ich jetzt irgendwie eine Bitkette haben, die beispielsweise jetzt irgendwas Einfaches erstmal, nur so als Beispiel, die so aussehen könnte. Bitkette 1, 0, 0, 0, 0, 1. Und ist dann, wenn wir wissen, dass das in dem Zahlenformat wie hier oben ist, dann können wir daraus auch gucken, okay, wir haben ein Vorzeichen. Dann kann das Vorzeichen, wenn das Vorzeichen kann, Plus oder Minus sein. Und wenn das Vorzeichen Bit gesetzt ist, was für ein Vorzeichen ist das dann? Haben wir dann Plus oder Minus vorliegen? Okay. Na, ich sehe ein bisschen Uneinigkeit im Chat. Also, das Vorzeichen Bit ist dann gesetzt oder ist dann relevant und interessant, wenn es vom, in Anführungsstrichen, Normalfallabwehr abweicht. Der Normalfall ist, dass wir irgendwie eine normale positive Zahl haben. Das heißt, wenn das Vorzeichen Bit gesetzt ist, dann haben wir eine negative Zahl vorliegen. Und dann ist das nächste Spannende, wir können eine, ähm, wir haben eine Zahl, die hat eine Mantisse und einen Exponenten. Das heißt, wenn wir hier einen Exponenten haben, ist das ein irgendwas mal 2 hoch Exponent. Und um dieses irgendwas hier zu wissen, da gibt es eben das Thema der Mantisse. Wir haben da den Unterschied zwischen normalisiert und nicht normalisiert. In den meisten Fällen, wenn wir von Gleitkommazahlen reden, ähm, wenn wir irgendwie da was mit Gleitkommazahlen machen, werden uns meistens normalisierte Zahlen über den Weg laufen. Weiß einer von euch, was normalisiert heißt? Also ich kann ja verschiedene Zahlen haben. Eine Zahl kann ich haben, wie 10,1. Ich kann eine Zahl haben, wie 101,10. Ich kann eine Zahl haben, ich kann eine Zahl 1,01 haben. Von diesen Zahlen, da rate ich mal so viel, gibt es nur eine, die normalisiert wäre. Welche von den 4 ist die normalisierte Zahl? Genau, die 1,01 wäre das dann, äh, zumindest wenn wir im Dualsystem unterwegs sind. Und zwar ist das so, dass wir vor dem Komma nur die erste von 0 verschiedene Ziffer haben. Fürs Dualsystem heißt das also, wir haben genau eine 1 vor dem Komma und keine weiteren Einsen. Alles links davon sind Nullen, gedacht, imaginär oder reale Nullen. Aber wir haben genau eine 1 vor dem Komma und dahinter dann halt irgendwie den Rest an Nullen und Einsen. Das heißt, dass wir eine normalisierte Zahl haben. Wenn das Ganze jetzt also eine normalisierte Darstellung wäre. Okay, das Schreiben klappt heute nicht so gut, sorry. So, wenn das jetzt eine normalisierte Darstellung wäre, dann wissen wir, dass das eine 1 vor dem Komma hat. Unsere Mantisse. Und es ist dann so, dass nur der Rest der Mantisse, also hinter dem Komma, das Ganze aufgeschrieben wird. In dem Fall also das 0,1. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum brauche ich denn die 1 hier vorne nicht irgendwie zu kodieren in dem Ganzen. Und wenn ich weiß, dass meine Zahl in normalisierter Darstellung aufgeschrieben wird, dann brauche ich auch gar nicht irgendwie was anderes machen als da eine... Ja, also da brauche ich die 1 hier nicht aufschreiben, weil die einfach immer da ist. Dann kann ich mir halt diese eine Stelle sparen und habe theoretisch ein Bit mehr für andere Sachen zur Verfügung. So, und dann würde daraus also der Exponent generiert, äh, die Mantisse generiert. Und, ähm, und dann hätte ich noch den Exponenten. Und das sieht jetzt erstmal so aus, als ob das dann einfach hier 2 hoch 0 wäre. Ist aber nicht ganz so einfach, weil, ähm, der Exponent häufig in einer sogenannten Exzessdarstellung ist. Weiß einer zufällig von euch, was das heißt, Exzessdarstellung? Also, was meistens euch über den Weg gelaufen wird, ist sowas wie Exzess 127. Für die Hausaufgabe gibt es da ein Beispiel mit der Exzess 15. Okay, also Exzessdarstellung, ähm, verschiebt uns so ein bisschen die Zahlenbereiche. Und, äh, vielleicht sollten wir ja auch aufpassen, dass wir tatsächlich einen Exponenten haben, mit dem wir da was anfangen können. Ähm, ich könnte an der... Ich könnte an der Stelle, es sind 3, 2, 3, 3, 0, 0, 1, nehmen wir mal, äh... Nehmen wir mal eine... Nehmen wir mal eine Exzess 9 Darstellung. Oder Exzess 9 Codierung. Ähm, dann heißt es, dass mein Exponent nicht genau der Exponent ist, den ich hier habe, sondern, dass der nochmal umkodiert ist. Und zwar muss ich dann bei der Exponentenrechnung darauf achten, dass ich zwar meinen Exponenten habe, aber davon noch, ähm, den Wert aus der Exzesskodierung abziehe. Das heißt, mein eigentlicher Exponent an der Stelle wäre 2 hoch 8, äh, minus 8, so. Wir gucken uns das gleich nochmal mit ein paar anderen Beispielen auch an, wenn wir was machen, was mehr im Typ von Aufgabe 4, 4 ist. Ähm, aber erstmal, wie gesagt, fürs grundsätzlich Wichtige ist, wenn in der Exzesskodierung, äh, etwas, ähm, geschrieben ist, oder, oder definiert ist, dann heißt es, dass der Exponent nochmal angepasst werden muss und nicht einfach so übernommen werden darf, wie er da ist. Das solltet ihr euch da als erstes auf jeden Fall merken. Und dann haben wir so eine Darstellung und wissen, dass hinter diesen 6 Bit, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ähm, ähm, eigentlich nichts anderes steht als minus 1, 0, 1 mal 2 hoch minus 8. Oh, ja. Kann man sich jetzt darüber streiten, welche Angabe für einen einfacher ist, verständlicher ist. Ähm, genau, die Idee von den Exzesskodierungen ist, ähm, andere Zahlenbereiche, äh, zu nutzen, beziehungsweise, ähm, wenn ich jetzt nicht eine Exzesskodierung hier nehmen würde, sondern eine Exzesskodierung, dann würde ich andere Zahlenwerte darstellen können. Ähm, in den, in den IEEE 754-Werten ist meistens so ein bisschen die Idee, dass man das halt, ähm, dass man positive und negative Werte gleichmäßig da drin hat. Das heißt, ähm, 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 das heißt, ja, genau, das schiebt halt ungefähr so um die Hälfte, dass, dass, dass man, dass man das dann eben mit unterbringen kann. Aber das schließt sich ja nicht aus, dass man es auch anders machen könnte, dass man so weit das schiebt, dass man nur positive oder nur negative Zahlen damit darstellen kann. Hängt halt davon ab, wie genau man das eben definiert, also wie, ähm, wie man den Exzesswert wählt. Und es hängt natürlich alles auch in der Darstellung davon ab, äh, wie man die Aufteilung wählt. Also wenn man sechs Bits zur Verfügung hat beispielsweise, könnte ich auch sagen, hm, brauche ich das wirklich so genau hier, ist die Eins für mich hier noch so relevant? Wenn nicht, könnte ich ja auch noch ein Bits mehr in den Exponenten reintun. Also das ist immer von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich. Wenn ich das selber definiere, wenn ich das vorgegeben bekomme, was ich nutzen soll für eine, für eine Codierung, muss ich mich natürlich daran halten. Und eine Codierung, die relativer Standard ist und viel genutzt wird, ist, ähm, die, äh, IEEE 754-Codierung, wie man inzwischen sagt, also Gleitkommazahl nach IEEE 754, zum Beispiel in einfacher Genauigkeit, das ist 32-Bit, ähm, oder auch in doppelter Genauigkeit, das wäre 64-Bit. Und das hat man halt relativ häufig. Das Ganze besteht dann daraus, na, also wir hatten eben, mal gucken, wir hatten eben das, ein Bit fürs Vorzeichen, drei Bit für den Exponenten, zwei für die Mantisse. In dem sehr willkürlich gewählten Beispiel, in der Hausaufgabe habt ihr auch ein, in der Aufgabe 3, ein Bit, Vorzeichen, fünf Bit, Exponenten und vier für die Mantisse. Ähm, für 4,4 nehmen wir jetzt aber eben die IEEE 754. Wir haben ein Bit für das Vorzeichen. Dann ist es so definiert, dass wir acht Bit für den Exponenten in Exzess 127 Darstellung haben. Ja, das kommt, wie gesagt, hier aus der IEEE 754-Definition. Und die restlichen Bits, die dann übrig sind, na, also wenn wir 32-1-8 rechnen, dann haben wir noch 23 Bit über. Die restlichen Bits sind für die Mantisse in normalisierter Darstellung. Gucken wir uns das mal mit einer Zahl als Beispiel an und rechnen das mal da mit. Wir nehmen mal die Zahl minus 17,25. Was meint ihr, was müssen wir als erstes machen, wenn wir das in eine Darstellung bringen sollen nach IEEE 754, ein Bit, Vorzeichen, acht Bit, Exponent in Exzess 127 Darstellung und 23 Bit in Mantisse in normalisierter Darstellung. Wir haben unsere schöne Zahl hier. Was müssen wir damit als erstes machen? In welcher Form sonst, vielleicht mal die Frage nochmal dazwischen, sonst in welcher Form liegt denn mein Ergebnis vor? oder in welchem Format oder auch in welchem Zahlensystem. Binär, genau. Es sind ja 32 Bit und eben in genau dieser Reihenfolge das Vorzeichen, der Exponent und die Mantisse und die Mantisse das heißt, ich sollte vielleicht was mit meiner Dezimalzahl machen. Ich brauche ein binäres Ergebnis. Ja, genau. Ich sollte es vielleicht einfach einmal umwandeln. So, 17,25. Wenn ich das umwandele, dann müsste ich auf 1,0001,01 kommen. Ein Viertel war ja quasi die zweite Stelle nach dem Komma. Okay. So, jetzt habe ich eine Dualzahl. Jetzt geht es so richtig los. Was mache ich als erstes? Was ist jetzt sinnvoll? Da passt irgendwas noch nicht. Genau, also irgendwie habe ich hier so viele Stellen vorm Komma. Das darf ich ja gar nicht. Wenn ich normalisiert das Ganze brauche, normalisierte Darstellung, dann darf ich nur eine 1 vorm Komma haben. Sollte ich vielleicht das Ganze normalisieren, in die Zahl. Also minus 1,001,01. So, jetzt muss ich natürlich überlegen. Mal, das darf nicht vergessen werden. 2 hoch. 2 hoch. Was ist mein Exponent, den ich da gemacht habe? Ich habe das Komma nach links verschoben. 4 Stellen, genau. Sagt er schon richtig. 4. Genau, also wenn ich das Komma nach links verschiebe, dann steigt mein Exponent. Eine Stelle nach links, Exponent plus 1. 2 Stellen nach links, Exponent plus 2. 2 Stellen nach rechts, wenn ich es in die andere Richtung geschoben hätte, Exponent minus 2. Okay, ich habe normalisiert. Das ist gut. Das heißt, ich habe prinzipiell eine Mantisse jetzt. Nämlich das hier hinter dem Komma, die ich hier in normalisierter Darstellung habe und die ich irgendwie hier in diesem Mantissenteil unterbringen könnte. Mir fehlt noch was anderes. Was muss ich jetzt auch noch tun, nachdem ich normalisiert habe? Weil was ist noch nicht so weit fertig, dass ich das einfach übertragen kann in diese Darstellung? Genau, ich habe noch das Problem, dass mein Exponent nicht in Exzess 127 Darstellung ist. Mein jetziger Exponent, wenn ich den ganzen einmal ausrechne, ich habe die Zahl 4. Ich addiere dazu 127. So, wir erinnern uns bei 8 Bit vielleicht, dass 8 Bit, das 8e Bit genau, also 2 hoch 7, wenn man das ja durchrechnet, genau die 128 sind, das heißt, das heißt, minus 1, also 0 und der Rest 1 sind 127. Das Ganze addiere ich einmal und kriege, wenn ich mich da nicht verrechnet habe, den Wert 1,1 ganz vorne, 2,1 ganz hinten, dazwischen 0, einfach raus. Also dezimal ist es im Endeffekt die Rechnung 4 plus 127 gleich 131. Das ist das, was ich hier für die Exzess 127 Darstellung mache. Also, wenn ich eine Zahl habe, die nicht in Exzess 127 Darstellung ist und ich will sie in die Exzess 127 Darstellung kriegen, dann addiere ich 127. Habe ich eine Zahl in Exzess 127 Darstellung und will herausfinden, welche Zahl da überhaupt hinter steckt, dann müsste ich 127 subtrahieren. Okay. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich alles, um unsere Darstellung zu machen. Ich würde sagen, es reicht für unsere Mantisse die 8 höchstwertigsten Bits anzugeben. Das würde bedeuten, wir geben nur die ersten 8 hier an und die dahinter lassen wir weg, weil wir eh an... Ah, okay, es gibt nochmal die Nachfrage, ja. Wann subtrahiert man? Also, es kann jetzt sein, wenn ich... Ne, warte, lass uns erstmal das zu Ende machen. Ich gucke da gleich, gleich, gleich da nochmal rückwärts dann da drauf. Also, wenn vorwärts gerechnet, wir haben eine, wir haben eine Zahl ganz normal, eine, eine Dezimalzahl und wir wollen die in diese IEEE 754 Darstellung haben, dann haben wir sie normalisiert, haben einen Exponenten rausbekommen. Das ist aber erst nur der normale Exponent und um die in die Darstellung zu bringen, wie sie gefordert ist, muss ich die 127 addieren. Da sind wir jetzt gerade. Nächsten Schritt oder das andere erkläre ich gleich nochmal. Ich habe jetzt eine normalisierte Zahl, ich habe einen Exzess, einen Exponenten in Exzess 127 Darstellung. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich diese Form angeben. Meint ihr, ich kriege das mal hin, einen Vorschlag zu machen, wie das aussieht? Also, was ich jetzt als Ergebnis aufschreiben müsste. Okay. Wenn ihr das Ergebnis noch nicht zusammenschreiben könnt, dürft ihr auch gerne ein Nein oder so in den Chat schreiben, dann weiß ich, dass ich da noch mehr erklären darf. Oder ihr seid noch dabei, dass ihr sehr viel im Chat gerade, dass ihr schreibt, weil es ein bisschen Tipparbeit ist. Das wäre auch verständlich. Ich kriege dasBreaket, ausgebebt. wo hängt ihr gerade irgendeine rückmeldung wäre jetzt gerade gut okay da wäre ein vorschlag fast 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 ein teil schon mal nicht 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 schlecht also wir haben das auf jeden fall schon mal richtig erkannt wir haben den exponenten in dem übernommenen aber genau wir haben den exponenten hier umgerechnet in exzess 127 darstellung das ist der zweite 8 8 bit block hier den würden das ergebnis würden wir also hier übernehmen ganz vorne haben wir das vorzeichenbild so da müssen wir aufpassen wir haben eine negative zahl haben wir eben gesagt wenn es negativ ist dann ist das vorzeichenbild gesetzt aber wenn hier ein 1 ist dann ist das für uns der hinweis dass wir ein minus vorliegen haben und dann kommt hinten noch mal die mantisse da müssen wir gucken diese 1 hier vor dem komma die wird bei normalisierter darstellung weggelassen hatte ich ja gesagt die brauchen wir nicht damit sparen wir eine stelle wenn wir wissen dass immer die normalisierte darstellung benutzt wird an dieser stelle im rot oder oder wo das da eben definiert ist dann wissen wir dass da immer eine 1,5 vorkommt also wird nur das hinter dem komma genommen jetzt machen wir mal da dafür einmal so ein leerzeichen und jetzt haben wir sechs bit wenn es heißt dass wir nicht alle 32 bit nehmen brauchen sondern nur die acht höchstwertigsten dann würden wir auf acht bit auffüllen ohne dass sich der wert der zahl verändert das dürfen wir mit nullen machen an der stelle einfach hinter dem komma weitere nullen anfüge ändert das ja nicht also den wert der zahl wenn ich jetzt mehr angeben müsste als die acht bit ne dann würde ich hier quasi weitermachen weitere nullen bis ich eben 23 stück davon habe dem verreichen uns aber acht wird das wäre dann das ergebnis das ganze umgekehrt kann es aber auch sein dass uns eine zahl gegeben wird wo es dann heißt ja die liegt in excess also eine andere art von aufgabe und die werden wir gleich noch mal wieder mit 4 1 so ein bisschen sehen eine andere art von aufgabe kann sein dass uns eine zahl gegeben wird wo es heißt diese liegt in excess 127 darstellung vor das heißt wir wissen das ist nicht einfach eine zahl die wir ins dezimalsystem umrechnen können und zu wissen was dahinter steckt sondern wir müssten die 127 abziehen um zu wissen was eigentlich der reale wert des exponenten dahinter ist und wir könnten das ganze abziehen wir wissen wir können natürlich stattdessen auch einfach mit dem zweier komplement addieren das macht es vielleicht schneller einfacher und dann hätten wir hier vorne nehme ich den übertrag der dann wieder abgeschnitten wird und unseren exponenten mit der 100 am ende also der vier und hätten dann wieder raus hätten dann quasi herausgefunden wenn uns wenn uns dieses zahlenformat das war jetzt nicht gut wenn uns dieses zahlenformat so gegeben wird hätten dann rausgefunden was das eigentlich für ein exponent ist das ist das was ich meinte dass man dann gegebenenfalls eben abziehen muss das heißt wenn wir eine zahl bekommen in einer excess 127 darstellung dann subtrahieren wir 127 oder addieren das zweier komplement davon um raus zu bekommen was der eigentliche wert des ganzen ist sollen wir allerdings wie in zum beispiel eben aufgabe 4 einfach eine zahl nehmen wie hier jetzt minus 17,25 und die in eine darstellung gleitkommazahldarstellung nach i triple i 7 von 4 bringen dann ist es so dass wir unseren exponenten nach der normalisierung erstmal wissen den realen und dann die 127 addieren um dann zu wissen was unser exponent ist in der 127 darstellung ist das jetzt ein bisschen klarer sehr schön ja ist auch ein bisschen da muss man sein kopf auch erstmal drumherum bringen wann wann was machen muss so ok jetzt haben wir uns mit normalisierten zahlen auch schon ein bisschen beschäftigt für aufgabe 43 vielleicht noch mal so ein paar gedanken dazu da da haben wir ja auch ein ein format vorgegeben ja also das ist jetzt halt nicht so groß wie das hier aber vom grundsatz her ist wenn wir uns zum beispiel überlegen was die was 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 die 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 größte darstellbare zahl ist oder oder ähnliches da müssen wir halt überlegen wie können wir die bits eigentlich überhaupt belegen in der jeweiligen darstellung also das heißt für aufgabe 43 würde ich euch empfehlen dass ihr einmal überlegt welche werte kann da jeweils exponent und mantisse annehmen also von was ist der kleinste wert in der exponent haben kann zu was ist der größte wert und auch die mantisse und da haben wir eben einmal das in normalisierter form da müsst ihr eben daran denken dass dabei normalisierter form immer eine 1 vom komma bei der mantisse steht und es gibt auch die den normalisierte form was ist das jetzt schon wieder es kann sein dass in normalisierter form es gar nicht möglich ist eine zahl darzustellen wenn sie einfach viel zu klein ist weil wir ja mit dem was wir haben das irgendwie nicht hinkriegen also wenn die zahl zu klein ist um in normalisierter form mit dem kleinsten von 0 verschiedenen exponenten gespeichert zu werden dann wird sie als den normalisierte zahl gespeichert der kleinste von 0 verschiedene exponenten das heißt wenn wir einmal wir haben immer mal 2 hoch 1 minus war muss man gucken was der kleinste daneben sein kann bei bei access 9 kodierung könnte ich als kleinsten exponenten dann auf 1 minus 9 eben auf minus 8 kommen vielleicht habe ich aber eine zahl die ist insgesamt also wenn man sie jetzt wirklich so dann als kommazahl sich überlegt mit 0,00 0,00 0,00 1,3,4,7 in dezimal normaler darstellung dass ich da das gar nicht darstellen kann mit 2 hoch minus 8 sondern ich bräuchte 2 hoch minus 9 kann den exponenten aber gar nicht so klein machen dann gibt es da noch eine möglichkeit das mit als den normalisierte zahl zu speichern dann haben wir keine 1 vor der mantisse sondern dann haben wir eine 0 vor der mantisse das ist also 0,00 und unser exponent nimmt dann auch den wert 0 an und wir würden dann minus der access kodierung noch rechnen weil das ist dann der kleinste wert den wir da da machen können mit also das ist dann eben die den normalisierung von einer zahl also ich könnte jetzt hier irgendwo gerade hier falsch da darf ich wieder also ich könnte halt eine zahl haben die irgendwie 0 0,00 dann hatte hier irgendwie ganz viel was und basiert dann auf 2 hoch 1 minus 9 dann ich müsste halt gucken wie viel bitt ich jeweils zur verfügung hätte was ich dann machen kann also mit meiner mantisse natürlich hier sehr sehr kurz mit meiner 2er mantisse Ich könnte hier, das kleinste, was ich irgendwie darstellen kann, ist 0,01 mal 2 hoch 1 minus 9 an der Stelle, weil es XS9-Codierung ist. Und müsste dann eben einmal gucken, was da eigentlich dann rauskommt. So, ich bin nicht ganz sicher, es könnte sein, dass das irgendwie was ist, ein Wert von 0,3. 0,0019, sogar noch ein relativ großer Wert, aber ich habe, also mein Problem ist ja, dass ich hier nicht so viele Bits habe für Exponent und Mantisse. Das heißt, es sind schon kleine, also mit mehr Bits für Exponent und Mantisse habe ich ja mehr Breite, wo ich irgendwo was verschieben kann. Und mit so wenig Bits, wie ich hier habe, da ist dann schon sowas wie 0,0019 dann halt schwer darstellbar. Genau, darum geht es so ein bisschen bei den normalisierten Zahlen, nee, bei den denormalisierten Zahlen, Entschuldigung. Da hätte ich dann also die 0 vom Komma. Sie sind halt noch kleiner als alles, was ich mit 2 hoch minus 8 darstellen kann. Und hinter dem Komma, die Mantisse kann natürlich, also in dem Fall 0,1, hätte auch 1,0 oder 1,1 sein können. Und da müsst ihr dann eben bei Aufgabe 4,3 mal überlegen, was ist das Größte, was ich mit den zur Verfügung stehenden Bits darstellen kann. Was ist das Kleinste, was ich mit den zur Verfügung stehenden Bits darstellen kann. Und beachtet eben dabei, dass der Exponent eben diese Exzess-Codierung da noch drin hat und dadurch sich leicht verschiebt. Aber wie gesagt, das Einfachste ist, hätte ich gesagt, überlegt euch, welche Bits sind da möglich, wie könnt ihr die Bits besetzen. Und dass es eben einmal die normalisierte Darstellung mit 1 vom Komma gibt und die denormalisierte mit 0 vom Komma oder die nicht normalisierte, wie sie, glaube ich, in der Aufgabenstellung heißt. Und ihr dann eben schauen müsst, dass ihr damit andere Werte dann darstellen könnt. Kleiner Hinweis, denkt auch noch daran, dass es vielleicht so etwas wie Errorzahl gibt, unendlich oder auch 0. Dass ihr die Fälle vielleicht zumindest euch kurz anguckt, ob das noch irgendwelche Auswirkungen hat. Genau, und betragsmäßig größte darstellbare Zahl, ich glaube, Betrag ist hoffentlich aus Mathe bekannt. Das Betrag, also dann halt, egal ob dann vorher die Zahl, also wenn die Zahl vorher negativ war, dass man die dann, dass die gleiche Zahl dann als positiv genommen wird oder halt eben die positive Zahl. Also, dass das Minus dann da wegfällt. Genau, zu dem Rest. Größere Zahlen, da hatte ich vorhin schon ein paar Tipps am Rande einfließen lassen, wenn ihr das vielleicht mitbekommen habt. Ansonsten eben nochmal nachdenken, was man halt, was man eigentlich an Möglichkeiten hat zu verändern, wenn man 10 Bits zur Verfügung hat, um irgendwie ein Gleitkomma-Format darzustellen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Aufgabe 4.1. Wir schlagen den Bogen einmal ganz zurück. 4.1. Die Idee ist quasi, wir gucken uns, wir gucken in Quelltext. Nicht Quelltext, Entschuldigung, wir gucken in Binär-Code. Wir gucken in Binär-Code, wir gucken an eine Stelle ins System rein. Wir nehmen die Lupe, wir gucken ins System und wir finden ein 8-Bits-String. Oder ein 8-Bit-Muster. Und wir wissen, dass da irgendwas hinter steckt, eine Information hinter diesen 8-Bit. Wir wissen aber an der Stelle jetzt nicht, ob eine Zahl, die da war, ob die als Ganzzahl im Dualsystem da rein kodiert wurde, ob die als Betrag und Vorzeichen da rein kodiert wurde, ob die als Access 127 da rein kodiert wurde, ob die als Einer-Kompliment rein kodiert wurde oder als Zweier-Kompliment rein kodiert wurde. Also das heißt, wir haben quasi sowas wie hier mit den Gleitkommazahlen, was ja auch eigentlich nur eine ganz lange Reihe von Bits ist. Und wir haben zufälligerweise, kann es halt sein, dass wir uns, dass wir mit der Lupe auf diese 8-Bits gucken. Dann wissen wir, das ist eine Zahl in Access 127-Darstellung. Und dann wissen wir, wir müssen das umrechnen, um zu wissen, was da eigentlich hinter steckt. Es kann aber auch sein, dass wir hier irgendwie genau auf diese 8-Bits gucken. Es kann auch sein, dass wir auf ganz andere Bits gucken, irgendwie aus, was hatten wir vorhin hier, dass wir, na gut, das sind jetzt 10 Bits, das ist jetzt ungünstig, aber potenziell könnten wir halt auch auf diese 8-Bits gerade gucken. Also die Idee der Aufgabe 4.1 ist, wir haben ein Bitmuster aus 8-Bit und wir versuchen uns zu überlegen, wenn das jetzt an der Stelle gerade in einem bestimmten Format gespeichert wurde, welche Zahl steckt da eigentlich hinter. So, das erste Beispiel, was wir hier nehmen, ist 5 mal die 0, 3 mal die 1. Und es könnte einfach sein, dass das eine Ganzzahl im Dualsystem ist, die dahinter steckt. Das heißt, das ist einfach nur eine Binärzahl. Und wenn ich jetzt wissen will, welche Zahl das in Dezimal ist, was muss ich dann tun? Okay, zusammenrechnen der relevanten Potenzen. Genau, also zum Beispiel, genau, im Endeffekt also umwandeln in das Dezimalsystem. Das heißt, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 macht insgesamt 7. Für Ganzzahl im Dualsystem nehme ich also alle 8-Bit und rechne das in eine Dezimalzahl um. Dann kann es sein, dass er aber ja vielleicht auch jemand die Zahl stattdessen als Betrag und Vorzeichen abgespeichert hat. Was mache ich denn dann? Eine Idee, wo ich damit umgehen muss, wo ich was wiederfinde. Genau, also ich muss auf das Vorzeichen achten. Genau, in dem Moment kam der Post bei mir an. Also, die erste Stelle steht für das Vorzeichen. 0 ist positiv. 1 ist negativ. Heißt, in dem Fall, ich habe ganz normal die plus 7 an der Stelle. Also, das heißt ganz normal, ne? Vorzeichen plus, plus schreibt man normalerweise nicht hin. Ich schreibe jetzt einmal hin, weil es ja damit sehr explizit klar ist. Normal würde ich jetzt eigentlich nur die 7 nehmen. Okay, jetzt wird spannend. Dritte Möglichkeit. Ich gucke da drauf und vielleicht hat sich jemand überlegt, da eine Zahl in Access 127-Codierung hinzuschreiben. Was muss ich jetzt machen mit meinem Bitmuster? Richtig. Jetzt muss ich nämlich genau das machen, dass ich das abziehe. Zahl minus Offset. Also Zahl minus 127, das Ganze rechne. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich erstmal Aufgabe 4, 3 und 4 mit euch gemacht habe, den Komplex. Wenn man das erstmal so ein bisschen versteht. Also, die Zahl, die ich haben will, ist meine Ganzzahl minus dem Offset. Hier also 7 minus 127, gleich minus 120. Sehr schön. Die Zahl könnte eine Kodierung haben, die mithilfe des einer Komplements gemacht wurde. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Wenn wir in einem Rahmen mit dieser Bitmuster-Geschichte, ist das quasi so, als ob wir hier auf ein Ergebnis gucken. Und wir haben hier bei den Ergebnissen zwei unterschiedliche Arten, wie wir damit dann weiter vorgegangen sind. Das eine Mal mussten wir was umrechnen. Das andere Mal konnten wir es einfach so lassen. Das müssen wir hier auch berücksichtigen. Wenn wir sehen, dass eine Zahl oder ein Bitmuster einer positiven Zahl entspricht, dann können wir direkt daraus die Dualzahl ablesen. Wenn wir sehen, dass das eine negative Zahl sein muss, dann müssen wir das entsprechende Komplement bilden, weil das für uns dann den Hinweis gibt, dass die Zahl als Komplementzahl dasteht. Also eigentlich gerade eine negative Zahl uns dasteht. Vielleicht kann man auch überlegen, vielleicht ist es halt sowas wie der Unterschied zwischen bei meiner Rechnung, ich habe hier meine Zahl, wie sie echt ist, einfach nur in Dual umgewandelt. Kleiner Tipp, da ist da vorne die 0, die ich eigentlich abziehen will. Nach der Umwandlung habe ich aber irgendwie hier vorne auch meine 1 mit dabei. Das ist das, was wir auch wiederfinden können in unserem Bitmuster. Also ich helfe euch da jetzt gerade noch ein bisschen viel, weil ich weiß, dass das doch manchmal für Verwirrung sorgt oder gesorgt hat in den letzten Jahren. Das heißt, für 1er Komplement, 2er Komplement in der Interpretation von Bitmustern muss ich immer gucken, was sagt mir meine erste Zahl? Und wenn es 0 ist, sagt es mir, dass es quasi eine positive Zahl hier ist und dann darf ich einfach das Ganze ins Dezimalsystem umwandeln. Wenn es eine 1 ist, dann muss ich das Ganze vorher erstmal das Komplement bilden. Das heißt, hier oben ist es noch relativ einfach. Welche Zahl ist das jetzt, die ich hier eintragen muss beim 1er Komplement? Das Bitmuster beginnt mit einer 0. Es ist eine positive Zahl und genau, ich darf dann einfach umwandeln. Dann ist es die 7 und 2er Komplement das Gleiche. So, gucken wir uns mal das zweite Bitmuster an. Das besteht aus 6 Einsen, einer 0 und noch einmal einer 1. und wir gehen noch mal die gleichen Schritte durch. Einmal als Ganzzahl im Dualsystem. Welche Zahl steckt da jetzt hinter? Und wir gehen noch mal. Ja, das sind 8 Bit. Relativ lang das Ganze, wenn man das im Kopf irgendwie schnell rechnen will. 2 hoch 8 wäre 256. Wie viel fehlen wir bis zu 2 hoch 8? Wenn ich hier 1 drauf rechne, bin ich bei 1, 0. Wenn ich 2 drauf rechne, bin ich bei 1, 1. Wenn ich 3 drauf rechne, dann kriege ich hier vorne die 1 und den Rest 0. Dann bin ich bei 2 hoch 8. Also ist meine Ganzzahl 2 hoch 8 minus 3. Welche Zahl? Genau, die 253. Also man kann natürlich auch die Potenzen einzeln durchrechnen. In dem Fall reicht hier auch die Angabe des Ergebnisses. Und für die Hausaufgabe dürfte auch hier die Angabe des Ergebnisses dann reichen. Da braucht ihr nicht die Potenzen einzeln aufschreiben. Also, dann haben wir Betrag und Vorzeichen. Habt ihr einen Vorschlag, was das für ein Wert ist? Wir interpretieren das Bitmuster jetzt als kodiert mithilfe in der Form Betrag und Vorzeichen. Minus 125 höre ich als Vorschlag. Das ist auch genau richtig. Das erste Bit steht für unser Vorzeichen. Das heißt, da haben wir das Minus her. Heißt aber gleichzeitig auch, dass wir nur noch 7 Bit übrig haben, um den Rest zu kodieren. 2 hoch 7 wäre 128. Auch hier gilt, wir brauchen 3, um auf 2 hoch 7 zu kommen. Also 2 hoch 7 minus 3 heißt 125. Und das heißt insgesamt minus 125. Okay, Access 127 Kodierung. Wie sieht es damit aus? Unser Bitmuster interpretieren wir jetzt als Access 127 Kodierung. Ja, 126 ist der Vorschlag, den ich hier habe. Genau. Das ist richtig. Denn ich rechne meine Ganzzahl, in dem Fall die 253 minus 127, weil es ja Access 127 ist. Und damit komme ich auf ein Ergebnis von 126. Sehr schön. Jetzt wird spannend. Und Interpretation als Einerkompliment. Oder dass das Einerkompliment hier eine Rolle spielte. Oder dass das Einerkompliment hier ist. Was hatten wir vorhin gesagt? Was müssen wir, worauf müssen wir gucken, wenn es hier darum geht? Genau, Kompliment müssen wir bilden. Das heißt also, dass Einerkompliment bilden. Das ist, wie wir hier schon richtig gesagt, die 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Und dann dürfen wir nicht vergessen, für das Ergebnis hier noch einmal das in Dezimal zu wandeln. Warte, ich prüfe das noch kurz. Genau, also es wird die Angabe in Dezimal. Und dann auch gewünscht. Dezimal ist das natürlich eine 2. Ist das jetzt unser Ergebnis? Sind wir damit fertig? Wenn ich so frage, wahrscheinlich nicht. Weil was müssen wir beachten? Genau, die Zahl muss negativ sein. Wir hatten, machen das Ganze ja nur, weil das für uns der Hinweis war, dass es eine negative Zahl ist hier. Ja, also so wie hier ja eigentlich hinter dieser invertierten Zahl diese invertierte negative Zahl steckt. Das heißt, Minus nicht vergessen. Und damit ist das Ergebnis Minus 2. Gut, was ist, wenn wir das Ganze, das Bitmuster als Zweierkomplement oder mithilfe irgendwie, dass da das Zweierkomplement eine Rolle spielte, interpretieren sollen? Das gleiche Plus, bloß mit Plus 1. Ja, so kann man das auch beschreiben. Also, einer Komplement bilden. Plus 1 addieren. Auf der letzten Stelle. Das bedeutet, wir kommen auf 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Da gibt es eine 0 vorne. Plus die 1. Gibt also dann eine 1, 1. Das Ganze dann natürlich nochmal in Dezimal wandeln. Ist eine 3. Minus nicht vergessen. Es fehlt eine 0 im ersten Block. Die müsste ich ja, glaube ich... Ach nee, da fehlt wieder eine, ja. Da wird es ja auch schon wieder gut aufgepasst. Vielen Dank. Minus nicht vergessen. Und dann haben wir das Ergebnis minus 3. Das ist das, was ihr dann wieder da eintragen dürft. Genau, und das ist eigentlich das, was für die anderen Bitmuster dann in der Hausaufgabe ja eben auch äquivalent gilt. Dass sie eben durchgeht, das Ganze. Und vielleicht eben, ja, für euch einfach mal auch mal guckt, schaut, was passiert eigentlich, je nachdem, wie ich ein Bitmuster unterschiedlich da interpretieren kann, was auch dann wie die Zahl dann auch sehr unterschiedlich lauten kann. Ja, manchmal sieht sie halt sehr gleich aus. Also bis auf hier die Access-127-Codierung haben wir beim ersten Bitmuster heute immer eine plus 7. Während wir hier bei unserem zweiten Bitmuster, was wir jetzt durchgegangen sind, ja sehr unterschiedliche Ergebnisse hatten. Von 253 minus 125 über 126 zu minus 2 und minus 3. Und im Endeffekt, wie wir dadurch halt auch sehen, dass durch, ja, je nachdem, wie wir etwas kodieren, können wir halt eben verschiedene Zahlenbereiche ausnutzen. Und durch geschickt gewählten Zahlenbereich können wir, selbst wenn wir immer nur 8 Bit zur Verfügung hätten, durch geschickte Kodierung und Zahlen, Kodierungswahl und Zahlenbereichswahl können wir selbst mit 8 Bit schon sehr viel unterschiedliche Zahlen abbilden. Das ist eigentlich sehr spannend. Das steckt so ganz bisschen hinter der Aufgabe, auch wenn das nicht unbedingt so deutlich damit dazusteht. So, ich glaube, damit haben wir alles so ein bisschen. Ja, ich glaube, die größten Stolpersteine ist so ein bisschen, ne, beim Access-127. Guckt mal, wann ihr das umrechnen müsst und wann nicht. Dann gibt es hier noch eine Frage. Eine Frage zur Subtraktion. Wir hatten ja eine 1, die hinzugefügt wird, damit die Stellen gleich sind. Wenn man jetzt eine Dezimalzahl hat, wo die eine Stelle auch kleiner ist, macht man das dann auch so. Bloß halt mit dem passenden Kompliment dann. Das ist bei euch die, ja genau, ihr habt da Aufgabe 4.2a, habt ihr dann entsprechend da ja auch was Kleineres. Genau, also ihr müsst da eben auch gucken, dass ihr die gleiche, die gleiche Anzahl an Stellen habt. Also, wenn ihr die minus 543 abziehen wollt, dann zieht ihr im Endeffekt eigentlich minus 0,543 ab, beziehungsweise addiert das Kompliment entsprechend dann umgewandelt. Genau, gute Frage. Gut, dann hoffe ich, dass es euch mal wieder ein wenig weitergebracht hat, dass ihr ein bisschen besser mit den Themen zurechtkommt. Und dann würde ich euch eine schöne Woche wünschen und ja, vielleicht sieht man sich nächste Woche oder irgendwann anders wieder. Ciao.